Dieser behinderte Staubsocker hat mein Internet-Kabel rausgezogen. Oh nein, ich möchte nicht... Nicht erstmal explodieren. Ups. Alter. Okay, hoch. What the... What? Was ist gerade passiert? Hey, mein Typ ist hier die ganze Zeit im Haus. So? Er... Ist das dein verdammter Erz? Oh mein Gott. Hab ich dich runtergeschoben? Oh mein Gott. Ja, du hast mich runtergeschoben. Oh Mann. Es gibt Geflüster, leise und voller Angst, dass Graymail begonnen hat, eigene grausame Mächte wirken zu lassen. Noch mal Fiecher. Noch mal Fiecher. Noch mal Fiecher. Oh Gott, Explosionsfass. Er hat nämlich eine Möglichkeit gefunden, um die Geister jener, die er im Kampf besiegt hat, festzusetzen in Ermangelung eines besseren Wurzes. Seelen, die durch einen solchen Fluch gefangen genommen wurden, finden niemals ihren Weg zur Fähre der Verdammten und bleiben auf ewig verloren. Äh, La, pass auf. Die Segel mit höchster Geschwindigkeit zur Sanctidrat. Wow. Nein. Ey, das war aber auch echt unlucky, okay? Ihr seht die nur vom Berg runter fallen, genau in die Arme des Explosionsfliegs. Ja. Ja, Luca? Mann. Wir haben alles unter Kontrolle. No need to worry. Ja. Ja. Kannst du den letzten Teil noch mal, der ist nicht mehr mit Schreien beschäftigt. Achtung. Ich muss das mal probiert haben. Ach, komm schon. Ach, Mann. Mord, 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 Chaos. Und das Auto explodiert. Und komm schon, wir werden höher. Oh, Mann. Oh, Gott, er ist da. Ja. Ey, was sonst machen wir, was passiert hier? Fuck, ein Trepp, fuck. Oh, wow. Ich glaub mir, die Limozie. Oh, Nini brennt auch. Läu. What da? Wiegt Goldmann? Y, okay. Das muss ich gleich ein bisschen. Ja, das hat funktioniert. Ja. Das, das mach ich gut. Wie komm ich denn das darüber an? Wir haben einfach rüber gesprungen. Das ist nichts von der einfach noch mehr. Ich hab auch Babyshot. Was hast du getan? Ich dachte, mit dem MG, ne? Ich schieß in deren Spawn rein und ich hab grad sechs Kills gemacht. Was machst du da? Was machst du da? Ui! Läuf! Und er hat noch mehr Arzt durch. No! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, was ist das? Ich kann nicht mehr. Okay. Hier sind so ein paar Lootbox. Holy shit. Yo. Absolute Loot-Explosion. Ich bin so fucking froh, dass ich das mit der... Warte, das brennt auf! Wie war eine Brenn. Guck mal, dass eine Autobus da durch will. Das bringt mir das wirklich auch ganz super an, ey. Ja. Ich darf nur Leute, die sich bewegen. What? I don't know, aus Reflex. Was? Nice. Ich weiß. Der Biker will mich, glaub ich, schlagen. Hm. Glaub auch. Irgendwie... Ähm... Wenn man ist sicher, was da will. Deine Animationen sagen zwei verschiedene Sachen. Ja, ich... Ich weiß das auch nicht sogar. Hahahaha. Hahahaha. Warte! Hahahaha! Hahahaha! Warte, warte! Warte! Ich glaub wir haben jetzt schon mehr als der Trilogie zusammen. Wollen wir mal hinter uns, also nach hinten. Schön, dass ich, äh... Oh, fuck. So, nein, ach Gott. Ah, nein, nicht hinter uns, vor uns. Wieso bin ich ausgestiegen? Weiß es nicht. Okay, ich nehme einfach das Polizeiauto, das ist eh schneller. Ah, noch mehr Explosion. Alter. Oh mein Gott, jetzt brennt hier noch das Auto. What? Wie? Hier auch? Und das auch? Und dann explodiert es neben einem anderen Auto und es fahren zwei weitere Autos. Jetzt brennt das Auto. Hier brennt das Auto. What the fuck? Was ist das? Aber jetzt glaube ich noch eins. Oh Gott. Aber mit Scope ist auch echt gut. Ah, fuck. Ah, nee. Aber ich will eigentlich gegen Kurschnallers empfehlen, ne? Kannst du ruhig machen. Das ist jetzt nicht so, als wäre die Runde knapp. Oh. Ich meine, ich habe auch so guten Stand-Zone ... 40-2. Oh! Oh! Das ist dumm. Ah, wahrscheinlich andersrum. Ah, ah, warte. Nee, stopp. Stopp it! Oh, sorry. Ey, Junge, das macht's nicht ein... Also, erst mal muss ich gucken, wie viele Steine haben wir jetzt. Ein paar. 7.000. Okay. Bump. Oh mein Gott, wie weit weg muss man da weg? Holy shit. Lol. Hä? Oh mein Gott, ich wünschte mir, ich hätte grad die Aufnahme an, warte. Neu, ich seh's. Ist das geil. Ich hoffe, du hast die Aufnahme an. Ja. Ach, das ist ein bisschen. Ja. Wieso... Gehst du in mich rein? Oh mein Gott. Äh, was zum Teufel? Äh, will ich riven? Yes. Ich hab zum Glück noch den richtigen Club im Kopf gehabt. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, no fucking way. Was für ein Snipe. Schnell weg hier. Ey, bloß weg hier. Komm mal. Komm mal. Okay. Er hat... Okay. Er hat genau in dem Moment ne Bombe auf präzise meinen Kopf geworfen, als ich dich hochgeholt habe. Deswegen hast du keinen Schaden bekommen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Wollen wir die Statue eigentlich mit diesem Ding hier kaputt machen? Nein, okay. Hätte ja sein können. Womit hättest du mit diesem Ding kaputt machen können? Ich dachte mit so einem Feuerball. Achso. Feuerball. Ich ignoriere einfach mal, dass du nicht reden kannst. Danke. Du hättest nur gedacht, wir sind auch fertig gewesen. Wow. Warum ist hier so ein Computer? Was hat das zu bedeuten? Oh mein Gott, komm, mein Computer. Was ist denn los? Nein. Boop. Get out of tune. Oh. Holy shit. Das sind viele Partikel-Effekte für Minecraft. Mhm. Oh, wie cool sieht das denn aus. Fancy. Ich bin schneller als er. Äh, okay, wir werden aber rückwärts. Der Wizard hat nicht gewithered. Nice. Ist das denn ein Wizard? Ein Wizard mit einem Lispeln. Oh, er ist durch den Boden gefallen. Oh, er ist durch den Boden gefallen. Ohohoho. Multigill, 6-fach-Gill. Auf dem Punkt. Oh, das hat mir geholfen. Oh, mein Gott. Ich werde nicht mehr verfolgt. Wie geil ist das denn? Du hast grad die Quest vor Anfang gemacht, als musst du nur nach Auto fahren. Vielleicht schaffst du das, Noga. Vielleicht? Wow, was soll das denn heißen? Arschloch. Nix. Ups, ich hab jemanden umgefahren. Oh, das war einer von uns. Weiter von uns, schon in Ordnung. Gutes Timing aber. Kann literally noch nichts machen, weil ich mich erst mal in Microsoft anmelden muss. Was? Wirklich? Ja, pass auf, das geilste wird dir gleich auffallen. Okay, ich bin gespannt. Wunderschön. Fünf. Vier. Ich muss mich eh noch anmelden. Ich muss erst mal mein Passwort suchen. Zwei. Eins. Achja, tu dir den Gefallen und tipp deine Mail mal ab. Mach die mal nicht rein aus deinem Passwortmanager. Ich kann auch meine Maustasten nicht benutzen, diese Daumentasten und so. Oh, ich kann kein Ad schreiben, das meinst du? Ja, das kann. Du kannst das nur ins Spiel kopieren. Ist das dumm. Oder war das letztes Mal, als ich es geguckt habe, noch im Aldex? Was? Ah! Fuck! Fuck! LOL! Du hast mich so getroffen, dass du mich in den Felsen gebackt und zurück aufs Schiff gebracht hast. Ah! Hi! 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 Da bin ich wieder. Mir geht's weiter. Fuck! Ich habe, ich habe dich, äh, Teleportation gelehrt. Oh! Zyniak-Statue. Oh, ich will die kaputt machen. Das war wirklich meine Lieblings-Zyniak-Statue. Ah! Ah! Ich häng' fest! Warum ist das Gebäude so scheiße? Nein! Ah, mach's! Ah! Wie geht denn, er verschießt so ein Messer? Wooh! Die Tür hat nur ein Schottersfluss. Wenn das noch nicht verliebt ist, oder? Bei der Tür hat nur ein Schottersfluss. Ja, läuft! No fucking way! Hier sind Ausrufezeichen bei den Typen. Oh, ja. Stimmt, man muss ihn noch finischen. Rekse Q! Überhaupt nicht verpackt. War das dumm! Ja. Ich hab mal das Haus gesprengt. Why? Weil ich jetzt weiß, wo der Typ ist. Ah, oben ist noch einer. Wir sind alle fast tot. So. Aber nur fast. Und wir haben uns die beiden Leute gekillt. Außerdem wusste ich nicht, dass es so viel sprengt, holy shit. Alter! Ah! Ah! Wir haben viel zu viel Mühe gegeben, um diesen einen Typen im Obergeschoss zu holen. Be aware that objective Anton has been lost. Da! Ah! Was? 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 Ah! Ah! Das war schön. Oh, Leute! Ich seh dich! Kann ich? Warte! Hey, das ist ein Moment, Lara. Das ist ein Moment von mir und mir. Ich muss kurz angeben. Meine Güte! Aber... Ich hab grad... Ich bin auch grad gegen die Wand gefahren damit. Oh, zum Fick ist mein... Äh, mein Motorrad schlägt mich! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lol, als ob man hier in das Geschütz kann. Oh ne, ist das kaputt, oder? Nein, ist das nicht. Lol! Trifft nur nichts von hier aus, schade. Alter, die Position hier oben ist ja krank. Leute, ballerst du grad auf die... Alter! Ja! Die armen Leute, Mann! Ich hab ein Geschütz gefunden, das Spaß macht! Yo, parossa! Hm? Do it! What the fuck? Do it! Do it! What the fuck? Do it! Do it! Do it! Okay, das Geschütz ist ein bisschen stark. What the fuck ist das? Egal, dass dir das Tor einfach mitten auf der Straße steht. Warte kurz, ich muss mir was... Ich muss mir was angucken. What the fuck bist... LOL! No fucking way! What? Äh, kann man hier noch irgendwo von oben runter? Außer in dem Loch und... Ah ja, hier, läuft. Klar. Läuft! Komm mal wieder rein! Durch die Tür! Welche Tür meinst du? Nice! Ich glaub, ich wär da... Essen? Oder so? Ich bin auch dabei, was gibt's? Ich bin auch dabei, was gibt's? Er hat gefragt... Was sagtest du? Er hat gesagt, ich bin auch dabei, was gibt's? Ähm... Für dich? Eine verschlossene Tür. Oh... Fields! What the fuck? Okay, alles klar! Ich dachte, wir wären Freunde! Ich weiß nicht mal, wie du mit Vornamen heißt, Dude! Nico! So, jetzt weißt du's. Also, die ist immer noch verschlossen. Ja. Die ist immer noch verschlossen, aber jetzt hängt da ein Schild dran. Und auch für Nico. Ja. Hallo Nico! Smiley! God damn it!